Es war mega cool. Die Kömpfler haben wirklich wenig Anlaufzeit gebraucht und haben angefangen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, über Hoffnung nachdenken, das zuerst aufs Papier bringen und nachher auch an die Wand und einfach sehen, wie ihre Ideen Form und Gestalt annehmen und da verewigt werden und so einen Ausdruck von Hoffnung in das Kirchengemeindehaus bringen. Wenn ich die Wände anschaue, bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, was vor allem die Heimis gemacht haben. Es ist einfach mega schön, wenn man so zusammen kreativ sein kann und auch wenn man weiss, dass das, was wir jetzt gemacht haben, uns als Cup of Colour ermöglicht, dass wir ein Projekt anders machen mit Leuten, die wirklich auch nochmal davor profitieren können. Amt AMY Eli verliefst den Somit Er ist Er Leid Er